das ist die frage wo könnte der sein also hallo ja ist aber nichts dran ist super aber da gibt es auch kein schlüssel machen wir denn jetzt wir brauchen doch einen schlüssel und da können wir auch nicht rein von da kommen wir vielleicht da draußen wir gucken jetzt mal hier muss irgendwo noch ein eingang sein blablabla lass du mich da vorbei ich fühle mich schocken da drinne oh da ist noch ein buch ich werde bei der suche ein hostel mächtiger krieger was passiert hier ich will nachher mal herausfinden da kommen wir nicht hin ich kann mich noch mal kaputt machen vielleicht so etwas drinne ja silber ach silber hier unten krass ja 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 ich mag so vorbei da war nichts ich gucke ich spüre ich bin ich bin nicht so zerwandel ich glaube ich bin nicht so ok sonst ist hier weiter jetzt können wir hier nichts machen rangers cloak ach so ne das ist ja da kommen wir nicht rein das ist nicht cool wieso komme ich da nicht rein ich werde das selbst behandeln ja gut ok hier gibt es auch nichts weiter da gibt es auch nicht heute also müssen wir gucken wo wir kriegen einen arcanum schlüssel ich nichts wissen ich nur kleiner krieger so genere an a an a oh dat mehender ah das hello weapons armor supplies the best prices unbeatable quality save your patter for the wayfarers more few kellyg always a pleasure what can i get you today what do you know of the skeletons in the old hostel this is the first i've heard of this the other merchants had more to do with the hostel than i did though you came back wonderful tell me about the surah mercenary you came to town don't know anything useful about that i'm afraid but i'll bet someone in town does you came back wonderful always a pleasure there are the other merchants here sure my friend you tired of trolling the city look no further i will buy quality tell me what you know about the bodies there are dead bodies in that place honestly i suppose the building has been abandoned for a while now i haven't seen anyone go inside since the siege started bring your unwanted goods to me i'll give you a fair fright okay think of me when you have goods you do not ah what the act tell me about the su i remember seeing the surah mercenary talking to feirouz before he left please if you speak to feirouz don't mention i said anything i would nothing to do with the surah now or ever ah what the think of me when you have goods now see the other hand from a from a my weapons are the finest tell me what you know about the board i don't know anything about ask no one beats me okay rabat aha oh welcome stranger tell me what you know about the bodies in the old hostel i can only tell you about the hostel itself i'm afraid when your guild hide mercenaries from out of town they stay there i think rabat had a deal with the owner at one point he might know more back so soon good okay and where is rabat stay safe traveler hmmm there is that is rabat that is rabat potions herbs tell me what you know about the bodies in the old hostel no idea what happened at the hostel i used to deliver food there back before the siege but i haven't been inside since that surah warrior went there i don't think anyone has everything you need to soothe your wounds is ro tell me about the surah mercenary who came to town he came through the gates went to the hostel and left that's all i know really i was just glad to see him leave town to be honest potions herbs cheap take care friend okay okay let's go back to the other guys hmm hmm what do these lights have to mean? arishad try outside the mentors into the guild good 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 i have never found the key it scares me a little if i didn't find the key do you have questions? you know anything about the old hostel arishad? i'm afraid i don't know anything about that dive ask the merchants in town though they're always eavesdropping on other people's business how can i help? tell me about the surah mercenary who came to town this is really none of my business please leave me out of this what do you need? what do you need from my guild house? before the damox seized control we were not when he has hit the sword will be down there somewhere i'm certain find us you will not return yours consider it done please ask your questions oh i need to do it i need to do it i want to take some help hmmm hmmm ja i have now here fast all here a lot of people have talked to me there Dich brauche ich noch. Ich habe euch jetzt alle gefragt. Und jetzt? Ich habe das doch jetzt hier alles den allen geredet, das ist doch jetzt schon wieder sehr sehr mysteriös, wieso geht es denn jetzt nicht weiter? Oder habe ich da irgendjemand vergessen? Ich habe den unten, den hier oben. Ich habe den auch schon. Den habe ich auch schon. Den? Hm. Ich habe doch jetzt jemand angeredet. Oh, ich sehe noch nicht. Oh, ich sehe noch nicht. Oh, ich sehe noch nicht. Oh. 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 Du 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 wir befragen hier die Leute. Befragen Leutte … Das ist doch sehr gut … Ja, hat er!! Ich weiß nicht, was Pharoos geht. Aber er hatte sicher viel Silber auf ihm, den Tag, dass Asura in der Stadt war. Du denkst nicht? Nein, vergesst, dass ich Helms habe. Okay, jetzt haben wir da was herausgefunden. Dass er handelt mit denen und sich dadurch ein paar Silberlinge dazu verdient. Der böse Schlingel da. Na, also wenn wir dir jetzt mal ein bisschen den Popo versorlen. Nein, Hand hat mich auf... Du hast einen Begriff mit Asura gemacht. Sag mir, was es war, oder ich werde es aus dir. Du hast mich nicht verraten. Ich habe nur den Messenger, ich versuche. Kench, die Frau von der Hostel, hat mich gefragt, ob eine Messenger zu bekommen. Er hat mich in Silber verraten, um ihn zu informieren. Aber ich habe nur gemacht, was Kench fragte mich. Du hast meine Worte. Nein, und was hat Kench mit Asura gemacht? Sie hat ihn verraten. Der Ischkai, der da war, hat ihn verraten, um ihn zu retten. Du wirst ihn nicht wissen, um ihn zu retten. Aber Kench verraten Kontrakte für mercenarii all around die Heretischen Kingdomen. Bevor sie zu Thol kam, hat sie einen Einheit-Sura geworfen. Aber der Job ging sehr schwer. Seine Worte wurde verraten, und Asura wurde nie bezahlt. Wenn es eine Sache gibt, was du nicht in der mercenarii-Business hast, dann wird es wohl schon eine Deine an den Asura-Warrior. Ich glaube, sie sah die Ischkai als Weg, um ihre Deine zu verraten. Okay, jetzt kommt er da rein. Das ist bestimmt diese komische Goplin-Bogen-Schütze da drin, ja? Die gehen da jetzt von... Confrontation müssen. Das heißt, wir gehen jetzt mal rein. Zack! Wir gehen in unsere geisterliche Gestalt gleich. Hu-haha, nicht noch ein Brief. so she did not betray thee and thou hast guarded her fallen remains since thy deaths how touching come spirit thy vigil has ended join me that soul is mine i shall be glad of a puppet to understand that is that a thing of me here level 4 aber irgendwo konnte ich doch da die hier die kann ich anlegen den kann ich anlegen kann ich hier auch noch einen noch da und da kann ich eine essenz zum beispiel hätten aber in dämonen wenn man will power fünf prozent mutter könnte ich jetzt senzen rein proben hier auch dessen der mensch ergänzt dem casting speed der mensch ergänzt kostet 87 das reinzusetzen machst du das kostet auch silber das reinzusetzen die an der durchsichtung ist kirling groß ist wie beim vorwärter karlsbeck aha ein waffenwurf so was haben wir hier shadow wave das ist selbst erklärt eine welle aus schatten landmine nehmen wir jetzt mal rein und eine rolle dann haben wir noch talente und talente oh dann muss ich jetzt mal gucken extra gegen biester ja das ist das kritisch nehmen wir das doch schon mal gut so mehr schaden landgarten assistenzen gegen verschiedene sachen slash schlitzen gift geschosse gegen licht eis feuer dunkelheit intelligenz extra 25 prozent silber bei jedem drop kristen du wirst erholt belastbarkeit stärke erholt agility tecber und christianer stilts erhöht angriffe 25 prozent erst mal stärke stärke und was haben wir hier ein kreis inventory kapazität und zehn every attack have to run away in panic und reduziert und zauberungskosten bei fünf und so aha extra soul drop und each kill das ist gut das ist eine gute erfahrung okay charakter äh da brauchen wir ja das hier in dem ganz ja ja wo sind wir hier stärke ja dann tut was agilität ja sehr schön hier ist so äh kann ich kann ich da jetzt nicht irgendwie ja continue oder muss noch dazu irgendwo hin und dafür irgendwo hin dass man dann da die die warte mal equip main hand ich hätte den bogen mein just cloak das kriegst du erst mal mit gut okay gehen wir zurück haben wir schon mal was ein bisschen was erreicht also dass wir sehen auf jeden fall jetzt schon mal weiter als beim letzten mal das angezockt haben das ist schon mal gut wir haben schon mal die quest abgeschlossen so äääh nix ist man hier noch eine quest die quest die quest quest die quest zack wuh saw Ich freue mich. So. Das ist auch gefloppt. Oh. Was ist das? Oh. Was ist das für ein Ding? Heilong, Heilong. Aber nicht was. Ein Ring. Ich habe keinen Ahnung mehr. Stopp. Der beschwirt die ganze Fiecher. So ein fieser Kerl ist er. Was ist die Hunde dagegen? Ich glaub's nicht. Ah. So ein gemeiner Möpp. Gehen wir mal weiter gucken. Ein ganz gemeiner fieser Möppel. Spinne. Hallo. Oh. Oh. Okay, lass mich raten. Hier muss ich irgendwie... Mh, da hab ich schon fast gedacht. Da kann ich bestimmt nicht... So. Hier durch. Äh. Cool. Okay, wollen wir mal kurz gucken hier. Helm. Ja. Stufe 5 wär's. Ja, du musst auch wollen. Sugar. Necklace. Freeze Immunität. Hat nix. Helm. Kann ja auch nichts anliegen. Ring. Schalarin. Kann ja auch nichts anliegen hier. Hallo. Hallo. Neun schon. Mi. Was ist das hier? Iiii. Iiii. Sag ich's mal. Iiii. So. Oh. Eine betrunkene Wache. Ach du ahn sie's nicht. Coole Action. Mann. Wachsador. Auf Anhieb richtig gemacht alles. Ah. Ne Geheimwand. Ich glaub's nicht. Okay. Da haben wir das bekommen. Sonst haben wir nichts bekommen. Silberpedent. Defens. Takt ist 4. Defens. Minus 75. Ne. 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 Jetzt alles so. Topi hier für den Kriegerli. das macht ja auch nichts. war so meine falle dann noch hinzustellen aber richtig gemein das schalter das war ja noch meine essen ja habe ich wir haben uns eingeschlossen da ist nichts weiter jetzt können wir hier ist schwer ach du ahnst es nicht jetzt drei leute der tod erwartet euch komm schon hier noch was ich bin schon da das ist hier noch nicht Das war's, ne? Ja, dort, 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 dort. Das ist eine, oder? Nein! Den wollte ich machen. Wollen wir hier mal anschneiden. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, da hinten kommen wir, glaube ich, hier. Ah! Hehehe, glaube ich, cool. Was ist denn ein Offizier? Oh! Komm schon, komm schon! Ah, Nameks Kammerschlüssel. Ja, dann sagen wir mal heilen hier, ne? Das ist bald. Wir sind nicht durch, aber so. Können wir uns überstellen. Zack! Und da hätten wir dann noch ne Truhe. Ja. Ja. Ja, hier sind Dämonen, ich weiß. Ja, komm her. Ja, du kommst auch her. Ah, da ist Namek. Aber, du bist tot. Nein! Ich höre das viel. Nein! 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 Da kommt der schon wieder. Oh, der kommt der schon wieder. Das wird nicht so wie in meiner Stadt sein. Anmar al-Ortas. Glück, dich zu töten, Duke. Aber das würde dir nicht helfen, würde es? According zu Gilderinnen, jemanden mit dem Signet von Steele ist in Ordnung. Und ich sehe nicht ein Ring auf deinem Finger, Kalig. Jetzt, wenn du nachdenken, Namek, und wiederholfen den Signet Ring, dann... Dann hätte ich keine Wahl, aber, dass ich dich als Gilder der Gilder von Steele wiederum bin. Until das passiert, sage ich dir, dass du dich beschäftigst, mit anderen Dingen. Es ist ungewöhnlich, dass du mich verletzt, Duke. Geh diese Schlage und geh in die Arcana, in den Nordwesten des Markets. Ja, ich meine... Der Maier da kann dir helfen, kann dir die Nivek schreiten, denn ich sicher nicht. Danke. Ah, wir haben hier eine Kanon-Key. Ich komme jetzt hier so raus, oder muss ich gleich hier wieder kämpfen? Nehmen wir mal die Troje mit. Simpler. Ich komme hier noch etwas Tolles hier was her. Nee. Coole Sache. Wir haben ihn für den Schlüssel. Dann gehen wir hier noch mal raus. Ja, komm her, wir kämpfen doch mal. Nur weil ihr seid, mach ich's nochmal. Nur weil ihr seid, können wir nochmal mit euch her. Und... 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 Wie... Und hier noch was in der Geisterwelt? Nein. Wir haben's Geschäft. Jetzt habe ich mal... Habe ich mal am letzten Mal das nicht geschafft. Nee, habe ich nicht. Und am letzten Mal habe ich es nicht geschafft. Aber diesmal... Oh, ich von... Nein. So, wir bringen jetzt noch mal das Schwert zurück. Äh... Ja. Und dann war es das schon bald schon. Fazit. Ich bin... Ich bin dürfe als die Polizei erlaubt. Ich brenne hier so doof durch die Gegend. Und mache einfach nur alles kaputt. Äh... Nein. Es ist wirklich ein bisschen interessanter Spiel. Ich muss mir so wirklich zugeben. Es ist... Mal gucken. Vielleicht kaufe ich's mir. Vielleicht auch nicht. Es ist ja nur die Beta-Version. Ich weiß nicht, wie weit das Spiel geht. Ich weiß nicht, ob es über diesen Arcanum Key wirklich nachher hinausgeht. Äh... Also, werde ich mal gucken, ob ich das Spiel vielleicht hole. Und dann... Äh... Hier ist Father's Word. Werde ich denn mal gucken. Kann es sein? Du hast keine Idee, was das für mich bedeutet. Bitte. Du musst diese Barsche mit meinen Dank akzeptieren. 200 war der Preis, den wir uns entschieden haben. Natürlich, natürlich. Wie kann ich helfen? Ah, Fudge. Wie kann ich helfen? Wie kann ich helfen? Sehr schön. Äh... Ja. Wir haben... Stufe 3 erreicht. Haben den Arcanum Key. Und haben eigentlich soweit alles... Äh... An dem Aufkommen jetzt hier erstmal erledigt. Wie gesagt. Ich werde mal gucken. Mein Name. Und wir werden mal gucken, ob ich... Das Spiel kaufe und weitermache. Wie gesagt. Das ist eine Beta-Version, die wir haben. Äh... Close Beta. Ich weiß nicht, ob es nachher auch... Äh... Der gleiche Alpha dann ist. Welche Alpha-Spiel. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und... Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Konntet ein bisschen was mitnehmen in dem Spiel. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles Gute. Auf Wiedersehen. Klick auch gerne unsere anderen Videos an. Gib uns auch gerne ein Like. Besucht uns auch auf Facebook. Oder auf Twitch. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und auf Wiedersehen. Und auf 점 puieren. Ja.